Hallo und willkommen zum Kampf gegen Hauptmann Gurgmar für den Erfolg Dschungeljäger oder Dschungelpirscher. Hauptmann Gurgmar befindet sich im Kriegslager Grumda im Tanaan-Dschungel und ist eigentlich recht schnell down, wie man sieht. Jetzt. Ich zeige euch noch auf der Map, wo man ihn finden kann. Und bedanke ich mich schon mal recht herzlich für euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, euer Tiger E.